Das ist heute schnissen, so gemälderisch, dass ich eine Simche verneibigte, noch mehr wie Jön Briezer Euler. Das ist heute schnissen, dass ich eine neue Simche verneibigte, bis ich eine neue Simche verneibigte. Noch mit dem, was Nudo war wie immer herangebringt, als Zuru, so macht er ein Teures, nur verschiedene Damen, waren gestorben, hat zerstört die ganze Simche, wo man zerstört. Wenn ich ein Bein hier gesagt habe, dann habe ich noch nicht mehr, wie? Ich habe gemeint, dass sie mit mir begriffen, dass ich ein Kudosh, oder habe ich gesucht, oder ich sterben, oder die, die waren sicherlich ein Gräser für mich. Sie waren Kufay Kislev, oder habe ich gesucht, dass ich heute schnissen, wenn man aufstellen kann, die Mischken. Kufay Kislev, der Tuk, ich war nicht zufrieden von dem. Das heißt, man nimmt die Bein, die Mischken, die Mischken. Der Ere ist die Zige zufrieden, dass sie mit dem Bein. Man zweitens, dass sie mich, dass sie mit dem Bein, die Schaniken, die sich in Kufay Kislev, und man dem Bein, die Bein, die Tuk, in Kufay Kislev. In Amosland, die Möcher, die Bein getracht, als er, er, zahn, der, was er, Bein, der Haaren. Man weiß doch, hat ge匍borchen im Nussam, von Sadiqen, Mioin, Lioin. Der Tuk, wenn man nicht bebauten, jeden Thuk starpten. уры� grounded. Mor Chinese said, dass er Gebaut er sein ist ist? diese wurden keine Gebäude steht. Also sie sterben, dienten und leben, diealer. Ich wusste, dass die Bein hatte das Ende zum Te multiplayer leitert. Ich sage bei Hummer, wenn Hummer geworfen Geurl, hat es sehr gefreut, hat Geurl gefallen auf Uder. Wusste, dass er gefreut hat, von der Uder, gestorben, weil er schrebeine, haben sie das schwachen Masel. So hätte die Gemurre gewusst, dass in seiner Uder ist er geboren, aber nicht gewusst, dass er sein Uder ist gestorben, aber nicht gewusst, dass er sein Uder ist er geboren. So hätte die Gemurre gewusst, dass er sein Uder ist gestorben, aber er kann wissen, dass er sein Uder ist, dass er sein Uder ist, aber er kann wissen, dass er sein Uder ist, aber er kann wissen, dass er sein Uder ist, aber er weiß nicht. In Emersoneram darf man verstehen, dass er 18 Zadikern, wo sie sterben, die in Tugend, wenn sie er geboren. Wusste, dass er nicht der größte Zadikern? Wusste, dass er nicht der Schaden nach dem Kiddichern ist, wenn er lebte, wenn er lebte? Nein, in Emersoneram dauert nicht so, dass er lebte, wenn der Mensch lebte, dass der Tugend mit seinem Tugend. Wenn ein Mensch, der sich in die Kiddiche, er wird groß, er trifft die Kiddiche für die Falle, dass er sagt, das heißt, er bleibt nicht mehr. »H kann zwar wie ich heute gehen lernen« . Aber es ist halt militar. Und ich hab zu dutzend dicke, sah er weinig, wo es Mami schon als geboren werden, wären sie groß. Und ich hab mir schon als Beine, aber so, wie es geboren geworden ist, mal ein paar 20 Kilo Euro. Schon wenn er geboren geworden ist, schon war eine Lechtigkeit, die Kinder dort gewesen. Er hätte nicht gewollt sagen, wie kein Geuter. Sie hätten von ihm, als er schon sein Udder gewesen wäre, groß. Aber er hätte nicht gehalten bei sich, als er sei groß. Das hat man nicht gewusst. Man hat gewusst, dass es gestorben sein Udder, aber es hat nicht gewusst, dass ich als Beine gewesen wäre, so groß. Also in sein Udder ist er, wenn ich nicht gehalten habe, wo es in seiner Udder ist, dass er nicht gewusst ist. Aber diese Sache weiß doch keiner nicht. Das ist nur der Reibischte gewusst. Das weiß keiner nicht, als er ist gehalten, dass er nicht gehalten hat. Es ist Mami, dass du so mit dem Udder, dass er gewusst sein Udder ist gestorben und nicht wie sein Udder geboren. Es ist deshalb, dass er Beine nicht hoch gehalten hat, dass er nicht gewusst hat, wie größer es gewesen ist. Aber er hat gehalten, als nein, er ist nicht als größer Mensch. Und er hat gehalten, als er nur ein Udder ist. Also, wenn er die Reibischte gewusst hat, dann kann er nicht gewusst haben, er hat sich die Reibischte gewusst. Aber dann ist das nicht so gewesen. Der Reibischte gewusst hat, dass Nudder wawies oder in der Welt ist, weil es viele verschiedene Sachen mit dem Joghurt, Also die Sache meidlich haben die Schasse nicht gehabt, sondern wollen nur mit nur der Wawie. Es ist eine Sache meidlich, die will versessen. Jede Zeranget will nur mit nur der Wawie. Wir haben so geklippt, man sagt, es ist eine Sache meidlich, die werden versessen. Da habe ich das, wenn ich einen Sitz und so ist, dass einer von der Tammung, da habe ich die Gewalt, die nicht bleiben soll, die nicht in der Welt bleiben. Man weiß doch, ich freue mich nicht, das ist der Rorsch für den ganzen Jungs, der ersten 12 Tag, das Meister der Käuze von Lüblin hat gesucht, in der ersten 12 Tag, hat er gesucht auf jeden Tag von einem Hohenitz, wo sie dann, dem Hohenitz hat er gesucht, der Retz des Jungs und auch bis heute auf, weil er die Jungs auch weggegangen ist. In der ersten 12 Tag, er hat jeden Tag, in der Sima, die Makrimen, die sagen, wo ist der Tag? Wenn man sich nicht betreut, auf der Hand nicht, sagt man sich betreut, dass er die Tage helfen soll, solche Sachen, noch Makrimen kommen bis zum Kalser, die Gilleschleimer, Ich bin nicht egal, ich steig. Ich bin nicht egal, ich bin nicht nach Sydney geholfen. Ich habe es gleich geholfen, ich sage, ich lebe meine und meine. Ich freue mich, ich freue mich.